Das ist das Brillen-Etui für die Sonnenblende und in diesem Video zeige ich dir, wie du es in deinem Tesla verwenden kannst. Das Brillen-Etui wird ganz einfach an der Sonnenblende befestigt und kann wahlweise für die Fahrer- oder Beifahrerseite genutzt werden. Der integrierte Magnet sorgt für einfaches Öffnen und Schließen des Brillen-Etuis. Es besteht aus Kunstleder und schützt deine Brille so vor Kratzern. Durch die praktische Einbauproduktion hast du jederzeit einfachen Zugriff zu deiner Brille.